der Verschaffung hat Verschaffungsdruck die Vorhörer der Neu-Hitler Gründer und Garten wie soll man das bitte mal hier schaffen diese Nürnberg vom Haus das ja ich habe noch nicht zu sehen auch aber ich habe die die wollen uns hier belagern die wollen uns umbringen er hat das kriegen sie auch wenn sie hat toll ist feiern die von da unten da kann man ausweichen auch stört erst mal ordentlich deathcounter pushen natürlich hat sie vorher kommen abwählen oder auch nicht kann man ja doch aber man muss auch treffen nur wenn man skill hat die machen 24 verdammt noch mal und sie geht durch wände aber er hat mehr rüstung und so ich brauche hier unten eine heilte heilte tante tusse schlampe was auch immer heil bitch genau heil bitch okay wir gehen jetzt runter das erste was wir machen ist graben oder immer weg gehen mit dem huck da ist eine hülle der kohle erwartet wird hier noch ein paar plattformen pläsen aber gegen klimi und so wie dumm ich bin da haben wir ja auch ja auch ja auch ja auch lauter gefahren o o er geht das er immerhin habe ich jetzt wieder 100 api das erste was wir machen stelle ich übrigens mal das geld die kiste rein jetzt in die untere aus welches ab aber ich muss in so will dem buch ist einfach nach unten oh mein gott bin ich schon wieder hier unten abkennen Ich überlebe das. Ich überlebe das. Ich bin ein Held. Ich bin ein toter Held. Ich bin auch so ein Held, hier in Lava zu springen. Alter, jetzt sind die Dinger schon wieder wegen euch in der... Was ist das für ein Hintergrund? Ist das der letzte Hintergrund? Ja, also weiter bin ich noch nicht gekommen, ich glaub schon. Aha. Und da gibt's überall diese Viecher? Äh, ja. Überall. Aber wenn wir Rüstung hätten, würden die nicht mal Damage machen. Die würden gar keinen Schaden machen? Ja, schon. Aber nicht so viel. Wir sollten halt mehr live. Wir müssen mal nicht auf Tiefe graben, sondern nach links und rechts. Okay. Live-Crystal-Zonen und so, aber weiter oben. Ja, ich glaub irgendwo müsste hier auch noch in der Nähe des Ganges live rumliegen. Ich weiß nicht mehr wo. Schlecht. Gut. Ja, dann lass uns hier irgendwo nach rechtsbollen, okay? Ah, ich hab noch recht. Ja, ich glaub nicht mal hier nach links, oder? Nee, nach rechts. Nee, nee, aber nicht so weit hier unten. Das müssen wir weiter oben machen. Wieso? So, drückt an die Oberfläche. Die spinnen wem, sie sind definitiv zu extrem. Ja, ich hab nicht so viele dahin geplägt, aber die... Verrückt da. Nee, es sind noch nicht so viele. Okay, wie hoch müssen wir dafür? Ähm... Keine Ahnung. Gibt's hier unten nicht auch Erzkristalle? Lass einfach mal hier suchen. Das wird schon passen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man hier das Obsidian farmen will? Nix. Das macht nur Klonk. Uh. Könnte ich den ganzen Tag mehr machen. Yeah. Wir müssen einfach mal alle Dungeons durchsuchen. Oh, ganz viel Kupfer. Kupfer ist egal. Das bringt nix. Nein, wir müssen Kupfer abbauen. Wieso? Ähm... Das Gold ist viel wichtiger. Ja, dann bau halt das Gold ab. Aber jetzt müssen wir das wirklich nicht in Waffen und so stecken, sondern in Rüstung. Und am besten, wenn alle drei Rüstungen haben, nicht nur eine. Jo. Ich hab, glaub ich, als nächster dann Rüstung. Weil ich alles Gold für mich beanspruche! Ja, 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 ja. Ich bin der goldene König. Yeah, ja. Hätte ich wohl gerne, ne? Ja. Ich töte Schleime! Stirb! Die potato! Na, today. Genau. Äh, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Ziemlich Nubi-Aktion. Das hast du noch nicht mal gesehen. Ouch. Hast du gesehen, wie viele verdammte Schleife der Roten waren? Huber die damit bitte. Ja, ich laufe jetzt nach ganz oben. Das liegt hier noch so an Geld rum. Und wir gehen direkt in die Höhle rein, das ist auch eine Möglichkeit. Oh, ein Haken. Ähm. Ihr Clemi und so, du kannst ja ein Rappling. Oh, ich bin tot. Clemi, die Höhle geht ganz so tief. Hm, was ist? Magst du einen Rappling-Hook haben? Klar, warum nicht? Dann lauf einmal ganz nach oben. Oh, warum? Warte, ich hab'n Hook. Da, nimm. Na gut, und was soll ich oben holen? Hast du Eisen? Ähm, ja, ich hab' oben alles so Eisen-Stangen verwandelt. Oder? Eisen machen. Ja, ja. Genau, und du musst dir... Nein, äh, doch. Äh, du musst dir... Äh, solche Ketten-Dinger machen. So Chains. Okay. Und zwar drei Stück. Genau. Hoff einfach, dass es genug Eisen ist. Und dann steckst du den Finger in die Nase, drehst ihn dreimal und dann hast du einen Grappling-Hook. Okay. Komm, was ist das? Ich form erst noch mal ein bisschen Eisen, dass ich hier anschließend oben bin. Ich kann, eh, nicht genug Eisen. Kannst du mal runter. Ja, das wär' echt geil. Traum, wie bist du denn da hingekommen? Dem ich hingelaufen bin. Ach so. Uah, viel zu viele Schleime. Zu viele Schleime. Sag mal, gibt's in den Kisten auch was anderes wie diesen Bumerang? Ja, ja, ja. Eisen, yeah. Wieso, hast du schon wieder so ne Kiste gefunden, oder was? Aber mich würd's interessieren, wenn ich den Bumerang nicht so overpowered finde, wie ich gerne hätte. Ah, den kann man auch noch upgraden. Wie kann man denn was upgraden? Äh, indem man zu diesem Ofen da geht. Aber wir müssen, ja, nee, das ist jetzt viel zu kompliziert zu erklären. Aha. Zu viele Gegner! Wir können auch noch an der Oberfläche weitermachen, weitersuchen. Da gibt's auch noch... Die Oberfläche ist langweilig. Nee, das ist ganz und gar nicht langweilig. Gibt's, obwohl, nee, wir brauchen viel bessere, ähm, hier, Spitzhacken. Weil da so ein bestimmtes Material ist. Äh, als Gold. Ja. Und was? Obsidian, glaub ich. Oder Hellstone, keine Ahnung. Unten was man da, diese brennenden Steine da. Die will ich haben. Dann muss man da erstmal rankommen. Ich geh auch mal nach oben. Wir müssen... Lass uns relativ nah unter der Oberfläche, wo wir die ersten Herzkristalle gefunden haben, ein bisschen nach den Dingern suchen, okay? Da gab's, glaub ich, noch gar nicht mal die Skelette, ne? Nee. Gab's nur diese komischen Zombies. Mh, unter der Erde? Ja. Ich mein, da wären nur Schleimviecher gewesen. Nee, die Zombies... Ach ja, stimmt, 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 die Schleimviecher. Die nervigen, äußerst nervigen Schleimviecher. Richtig. Däh... Äh... Auf nach oben! Das kann jetzt noch ein paar Jahre dauern. Ich kann aber auf nach oben. Ich glaub, ich mach erstmal eine Goldrüstung. Oder als allererstes ein Goldhelm, ich weiß nicht. Irgendwas halt. Hup, 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 hup. Ich will einen Grapplinghook, der mich mit einmal nach oben bringen kann, ey. Kommt noch. Echt? Aufzug. Ja, du. Am Ende war das gar kein Witz und wir können uns tatsächlich einen Aufzug machen. Nee, noch zumindest nicht. Ähm. Das fallen hier, fallen hier vier Wurmteile runter, Alter. Ja. Noch diesen Scheiß-Movid. Klemi fetzt ja alles, ey. Ähm. Mensch, Klemi, was machst du denn du? Hochspringen. Ich bin schneller. Ja, cool. Ich bin der Schnellsteher, sie sind beide nach unten. Weil ich zuerst noch sterben musste. Ich glaube, ich bin schon in die normale Bodenebene gekommen jetzt. Ja, Tatsache. Na ja, du bist über 1000 Feet über uns. Ja, hier ist krass. Wie lange ist der Tunnel? Sehr lange. Wie tief. Krass. Ja, ich bin da oben. Spawnpunkt, bitte. Danke. Hier oben ist definitiv ein besserer Spawnpunkt. Hier ist tatsächlich hell, ey. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht mit dem Bett da unten? Ich meine, wer will überhaupt 1000 Meter unter der Erde pennen? Ich. Außerklemi. Goldbarön. Herr damit. Wenn es so nicht so hart wäre, würde ich noch weiter runtergraben. Weil wenn diese Scheißvieche sich in den Gang rein porten... Davon habe ich schon in den anderen Parts gesprochen, aber ich wollte nicht so viel spoilern. Achso. Irgendjemand hat in beide der Truhne irgendwelche Barren gelegt, anstatt sie zu stacken. Angel Statue. Es tut nichts. Yeah. Bitter. Echt bitter. Gold Helmet kann ich mir machen. Vier Defense. Wenn man dann hat zwei Defense. Ja, mach ich mir erstmal ein Gold Helmet. Ja, und was willst du mit dem Eisenhelm machen? Dann hol dir lieber eine Hose oder so. Den gebe ich dein Klebe. Aber ich hab nicht genug für eine Hose. Ja, aber der hat einen Silber Helm, oder nicht? Oder? Ja, klar. Aber er kann sich dann noch andere Rüstungen machen. Der Gold Helm ist ja schon ein Upgrade dafür. So. Vier Defense, zwei Defense, ein Defense und nochmal zwei Defense. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Ich schenke dir mal meinen eigenen Helm. Ich hab bisher nur den Kackhelm. Wie viel Silber hast du? Äh. Wobei, du hast überhaupt keine Rüstung, ne? Nicht. Doch, ich hab nur meinen Helm. Da geb ich dir gleich mal, äh, von meiner Rüstung was. Ich könnte mir eine aus Kupfer machen. Oh mein, ich geb dir Kupfer Rüstung. So, ähm. Da hast du Kupfer. Hast du zufällig noch Eisenbarren? Äh, nein. Ich hab ein Eisenbarren, glaub ich. Wie viel Silber habt ihr? Weil dann könnte ich euch noch Silber geben. Ich hab eine Eisenbarren. Was soll ich denn jetzt mit dem Iron Helm? Keine Ahnung. Äh, Clemmy, wie viel Defense bringt dein Helm? Äh, drei. Silber Helm. Okay, der bringt zwei. Wie viel bringt der dann zehn Silber zu verkaufen? Das ist auch ein bisschen zu schade, oder? Nicht zehn Silber verkaufen. Auf keinen Fall. Ja, aber was sollen wir sonst noch mitmachen? Rüstung? Was? Rüstung aus Eisenhelmen. Ach, Eisenhelmen. Hm. Ja, Eisenhelmen kannst du verkaufen. Ja, wenn du keinen Helm gemacht hättest, sondern irgendwas anderes. Eine Hose oder so. Ja, eine Hose hätte man dann auch verkaufen müssen. Irgendwann. So, Sache ist die, dass wir nicht genug Kupfer oder so haben. Doch, ne, 67 Kupferbarren. Wow. Dann können wir, äh, ich mach dir schnell noch eine Kupferhose. Clemmy kommst du hoch, du kriegst dann auch komplette Kupfer-Set. Das reicht. Kupferhose für Clemmy. Kupferbrust für Clemmy. Und noch eine Kupferhose. Kupferhose. Und die Kupferhose kriegt der Donnie. Yeah. Da hast du sie. Hol sie dir. Ich bin der König, ich hab ne goldene Krone. Ich bin der King. Ich hab nen Scheißhofen aufm Kopf. Ich bin ein Döner. So, was machen wir jetzt? Genau, ich hab ne Zwiebel aufm Kopf. Ja, kommt dann. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Wir könnten uns aber irgendwann mal ne bessere Axt machen und nochmal Bäume fällen. Clemmy, hast du dir hier, ähm, diesen Rappling-Hook gemacht? Nein, ich hab nicht genug Silber gehabt. Du brauchst doch nur Eisen. Äh, wir warten hin auf dich. Ich brauch, ich brauch noch ein Stückchen Silber, dass ich mir noch Silberhose machen kann. So, Mann, ich komm mit euch hier. Mach ich, wenn ich gestorben bin. Ich hab sowieso ein Spawnfall. Ich brauch auch Silber. Machen die Gegner einem irgendwann gar keinen Schaden mehr? Äh, nein. Wer die Überrüstung hat? Ne, die machen immer mindestens ein. Aber bei 400 HP bringt das eh nichts dann. Aha. Ich erinnere mich noch an die Höhle. Hahaha. Wo du dich verlaufen hast? Nein, wo du immer alle Höhlen erforschen musstest. Jaja. Jolette Schleim, wir können übrigens mal hier einfach Geld farmen. Weil ich hab gelesen in den Kommentaren, dass diese Pinkies manchmal ein Gold bringen oder so. Ja. Ja. Leu, hier gibt Sand. Geld! Giftgeld! Ich würd gern mal Blood Moon haben hier. Der Wildnis. Nein, danke. Das war gerade ja ein richtiger Mega-Lag. Bei mir nicht, aber ich bin auch Horst. Nö, bei mir hat auch nicht geleckt. Hm. Komisch. Und das ist ganzuer Nobody. Aber ich bin es großartig.